Spiele drin Ich habe sie alle drei. Müssen wir schauen, ob die das haben. Gar nicht im Weg rumstehen, ne? Hier ist ein Lars-Backpack, ne, hat es noch Night Vision-Gockels drin, ne, Car-Battery, Jumper-Cables und so Zeug. Ne. Auf, los. Ich würde sagen, gut hatte ich die Night Vision-Gockels. Ach, ich hätte so gerne dieses Muni-Teil hier. Ja, also. Wo genau? Bei dir? Okay. Was? Die hat ein Kabel dabei, ne? Wenn du hier rein... Also willst du ins Alpha-Cluster oder in die andere Seite? Ja, ich habe den Factory-Key, hätte ich sonst übrigens. Ja. Ne, dass wir zu den Bossen gehen können mit dem... In den Häusler. Also wir könnten die Bunker-Türe hier aufmachen. Falls da noch ein Team drin ist. Ja. Und dann drinnen campen, wenn auch ein Team kommt da raus. Ne, ne, hier ist ein Pott. Pott sind hier. Vorher. Hier ist noch der Factory-Key nochmal. Ah, ich habe es. Wir können raus. Ja. Lass mal rausgehen. Ich gehe gleich zum Lift. Nicht sterben. Ich habe den Lift. Kommt ihr bitte. Hier ist ein Lift. Ich bin jetzt der Operator. Position. Komm rein. Rein, rein. Ja. Ist auch nicht. Ja, in einem anderen Ding drin. Ja. In einem anderen... Wo drin. Ja. Ne, da war noch ein Spieler einfach noch. Ein Einzelner. Und den habe ich erledigt. Ne. Ja, Hauptsache es kommen nicht noch zwei andere rüber. Gut, haben wir es geschafft.